Von Angesicht zu Angesicht wäre es sicherlich schöner, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber leider ist das ja zurzeit nicht möglich. Ihnen wird es ähnlich gehen. Eine Premiere ist es allemal. Denn ich werde Ihnen aus der Weinhandlung von Hilke Darrellmann-Lenhardt heute mein neues Buch vorstellen und aus diesem Buch zweimal 20 Minuten lesen. Die Weinhandlung hat für mich und viele Freunde und Freundinnen bereits Geschichte. Denn hier findet seit mehr als zehn Jahren jedes Jahr im September die Premiere meines neuen Romans statt. Und hier findet man auch zu jedem Thema und zu jedem der von mir besuchten Weinbaugebiete den passenden Wein. Heute geht es um die Region Lisboa, die Region Lissabon. Früher war sie bekannt als Extremadura. Im ersten Teil unserer heutigen digitalen Lesung möchte ich Ihnen die Protagonisten des Romans Die Weinprobe von Lissabon vorstellen. Die drei treffen auf benachbarten Weingütern in der Nähe Lissabons aufeinander. Der Logistiker Fechter will gnadenlos Geld machen. Johanna Breitenbach verzweifelt an der Ignoranz der Menschen. Und Winzer Hollmann, seit acht Jahren betreibt er ein Weingut am Rio Duro, will nur helfen. Dass es ausgerechnet Kokain ist, das sie zusammenführt, das ahnt keiner von Ihnen. Andreas Fechter Fehler? Nein. Fehler machte er nicht. Niemals. Er nannte das Stilllächeln seinen ganz persönlichen Stil. Wenn er etwas in Angriff nahm, ging er extrem gründlich vor. Jeden noch so kleinen Schritt durchdachte er genau und schloss von vornherein jedes Risiko aus. Fehler konnte er sich nicht erlauben. Diese Strategie funktionierte. Sie war das Geheimnis seines Erfolgs, da er ganz genau wusste, was er erreichen wollte. Was er sich zutraute und wie weit er gehen durfte. Er kannte seine Reichweite. Die Ziele stimmte er grundsätzlich mit seinen Fähigkeiten ab und die wuchsen. Annahmen und Wahrscheinlichkeiten gab es in seinem Denken nicht. Unvorhergesehene Zwischenfälle. Die blieben zwar ausgeschlossen, aber sogar sie kalkulierte er ein. In ihrer möglichen Wirkung und den Konsequenzen. Sowohl für Situationen wie für Menschen hatte er einen untrüglichen Instinkt. Er hatte bereits in der Schulzeit begriffen, dass das Risiko zu groß war, sich auf etwas wie Worte zu verlassen und jedes Versprechen war heikel. Er wusste nicht immer sofort, wen er vor sich hatte. Freunde, wenn es sie denn gab, oder einen Feind. Was sein Gegenüber nicht einzuschätzen, so miet er jeder Nähe, jeden persönlichen Kontakt, bis er sich aus der Distanz ein klares Bild machen konnte. Und eindeutig musste es sein. Auch das Verlieren war genau geplant. Strategisch eingesetzt konnte es ihm nützlich sein. Doch damit trumpfte er niemals auf. Das wäre ein schwerer Fehler gewesen. Misstrauen und Verschwiegenheit waren Charakterzüge, die er an sich besonders schätzte. Er ließ sein Gegenüber stets so nah wie möglich an sich heran, um sich Klarheit zu verschaffen. Manch einer verwechselte es mit Nähe. Wie lächerlich. Sie war lediglich erforderlich, um den anderen zu riechen. Er besaß eine ausgezeichnete Nase in jeder Hinsicht, besonders in Bezug auf Wein. Als Prüfer wäre er bestens geeignet gewesen. Doch noch fehlte ihm das Vokabular, Weine richtig zu beschreiben. Das alles hat ihm sehr geholfen, als er nach Lissabon gekommen war und die Stelle in der Reederei OSC als Abteilungsleiter angetreten hatte. Und er wusste genau, wer seinen Aufstieg in der Reederei behinderte, ob gewollt oder nicht. Das war für seine schnelle und steile Karriere enorm nützlich gewesen, auch die vermeintliche Loyalität vorgesetzten Gegenüber. Dann kam der Moment, an dem sich alle Schwachstellen seines Gegenübers offenbarten. Er den berühmten wunden Punkt kannte. Das war das Blatt des Siegfried. Doch neben dem Wissen um die verletzliche Stelle zwischen den Schulterblättern war es notwendig, sich über den Zeitpunkt Gewissheit zu verschaffen, an dem er den Speer werfen musste. Jetzt war dieser Zeitpunkt gekommen. Langsam schob sich Vechter mit dem Bürostuhl vom Schreibtisch zurück, stand in Anbetracht des vor ihm liegenden Feierabends in aller Ruhe auf und trat an das Panoramafenster seines Büros und genoss die grandiose Aussicht über den tiefblauen Teeschurm. Ein wenig weiter rechts überspannte die im Abendrot leuchtende Brücke den Strom. Eine eilige Personenfähre hinterließ in den blassblauen Wellen einen Streifen weißen Kielwassers. Der jetzt anstehende Schritt hinauf in die oberste Etage des Reedereigebäudes war lediglich eine Frage von Tagen. Der Plan stand. Nach dem CEO werde ich, der zweite Mann, in unserer Niederlassung sein, sagte er sich und gefiel sich in der neuen Rolle. Von dieser Position aus lassen sich meine Vorhaben am besten verwirklichen. Der CEO wird nichts tun, ohne mich zu informieren und die Mitarbeiter kommen nur über mich an ihn heran. Und so habe ich beide Seiten unter Kontrolle. Vechter trat näher an die getönte Scheibe seines Büros so nah, dass sein Atem das Glas beschlug. Gedämpft von der dicken Scheibe hörte er das schrille Warnsignal der langsam vorrückenden Verladebrücke. Sie hob die Container vom Schiff und setzte sie auf der Pier ab. Die Welt vor ihm war die Welt, die er sich immer gewünscht hatte. Und er blickte in kühler Erwartung dem Schiff entgegen, das fast bedächtig im weiten Fahrwasser vom Atlantik heraufkam. Es wird die City of Ikorodou sein. Endlich. Sie wird vor dem Frachter dort unten festmachen, dachte er und griff mit Genugtuung nach seinem Fernglas. Mit jeder ihrer Ladungen, die hier an Land gebracht und sicher weitertransportiert wurde, wuchs sein Vermögen. Das war entscheidend. Vechter hätte gern länger den Aktivitäten auf der Pier zugeschaut, besonders jetzt, da die City of Ikorodou von einem Schlepper an die Pier geschoben wurde und die Leinen flogen. Nicht mehr lange. Und er würde sich das Schauspiel von ganz oben ansehen können. Vielleicht schon, wenn sie das nächste Mal aus Lagos kam und wieder 500 Kilo für ihn an Bord hatte. Johanna Breitenbach Sie durfte ihm ihre Einstellung keinesfalls zeigen. Nicht einmal durchschimmern lassen. Das konnte sie den Job kosten. Das war schon einmal geschehen, allerdings unter gänzlich anderen Vorzeichen. Obwohl es zehn Jahre her war, erinnerte sich Johanna noch gut an den Rausschmiss. Letztlich hätte sie als Umweltingenieurin mit dem Dozentenjob, der daraus entstanden war, sehr zufrieden sein können. Es hatte sie wieder auf den Boden der Realität gestellt, ihrer ganz persönlichen. Obwohl ihre Situation jetzt eine gänzlich andere war und sie schon wieder nicht mehr an das glaubte, was sie tat, wuchs ihr Unbehagen. Sie mochte da sein, wo es ihr gefiel und wo sie hingehörte, aber die Welt bewegte sich weiter. Die Umstände veränderten sich. Sie empfand ihre Arbeit, die sie bisher ausgefüllt hatte, in immer stärkerem Maße als nutzlos. Mit den Gedanken, die einsame Ruferin in der Wüste zu sein, ließ sich schlecht leben, wenn sie bereits in den Morgennachrichten von brennenden Amazonaswäldern und der Zunahme des Artensterbens hörte. Die Lösungen hielten bei Weitem nicht mit dem Wachstum und den daraus entstehenden Problemschritt. Sie starrte aus dem Fenster des kleinen Restaurants, in dem sie mit ihrem Kollegen Stefan, dem Bodenkundler, saß, auf die weite, sich leicht bewegende Wasserfläche des Rheins. Sie wäre viel lieber dort unten unterwegs, auf ihrem Surfboard, weit zurückgelehnt, beide Hände fest am Gabelbaum, dem Wind entgegen, über die Wellen rutschend das Rauschen des Wassers im Ohr und alles vergessen. Du hörst mir gar nicht zu, Johanna. Der Vorwurf in der Stimme ihres Kollegen war nicht zu überhören. Du hörst, Stefan, antwortete sie entschieden, ohne den kritischen Blick auszuweichen. Ich bin mittendrin. Was nicht einmal gelogen war, nur in anderem Sinne gemeint, als der Dozent es vermutete. Wahrscheinlich viel zu weit drin, hätte sie eigentlich sagen müssen. Soweit ich weiß, haben die Phönizier vor mehr als 2000 Jahren den Weinbau nach Portugal gebracht. Die portugiesischen Winzer sind kaum auf unsere Ratschläge angewiesen. Was soll ich da? Sie kennen die Wetterverhältnisse, die Zahl ihrer Sonnenstunden, den Boden, ihre Reben. Sie wissen, was Strom und Diesel kosten und welche Bausubstanz ihre alten Kinders haben. Ganz im Gegensatz zu mir. Das alles ist fürs Energiemanagement eines Weingutes entscheidend. Aber wer will sich schon das Dach seines spätbarocken Landgutes durch Sonnenkollektoren verschandeln? Dann stell sie in den Weinberg, erwiderte Stefan. Aber darum geht es doch gar nicht. Nimm meinen Freund Flavio dos Santos. Sein Weingut liegt keine 50 Kilometer von Lissabon entfernt. Er hat an irgendeinem Öko-Kongress teilgenommen und seitdem will er sein Weingut zukunftsfähig machen. Ich habe Flavio erzählt, dass du bei uns an der Hochschule die angehenden Winzer und Önologen mit Energiemanagement vertraut machst, damit sie durch sinnvollen Umgang mit Energie Geld sparen, weniger Dreck machen, weniger Wasser verbrauchen und CO2 einsparen. Er war begeistert. Flavio wollte sofort, dass du kommst und ihn berätst. Jetzt, sieh das doch mal als Chance an, dich auch international zu orientieren. Täglich kommen Berichte, wo überall Klimakatastrophen herrschen. Kälteeinbrüche, Schneestürme, Hitzewellen. Eine Konferenz jagt die nächste. Ja, ja, Konferenzen, Öko-Gelabber mit tausenden von Teilnehmern, ereiferte sich Johanna. Aber nichts passiert. Jedes Jahr UN-Klimakonferenzen, gleichzeitig Treffen zum Kyoto-Protokoll und zum Paris-Abkommen. Jedes Mal prügeln sich die Teilnehmer vorher darum, wer hinfahren darf, wer Spesen und Karriere macht, wer das Tagegeld kassiert. Und dann reisen 30.000 mit dem Flieger an. Wie viele tausend Liter Kerosin werden da verbrannt? Wie viele Tonnen Papier bedruckt? Wie viele Kaffeebäcker weggeschmissen? Da kommen sicher etliche mit der Bahn. Johanna ließ diesen Einwand nicht gelten. 60.000 Taxifahrten vom und zum Flughafen. 30.000 Mal Bettwäsche und Handtücher in den Hotels waschen. 30.000 Leute müssen verpflegt und 30.000 Smartphones täglich aufgeladen werden. Du siehst wirklich alles nur noch schwarz. Siehst keine Aussicht auf Erfolg. Alles wird nur schlechter. Ist das denn ein Wunder bei dem, was uns täglich serviert wird? Noch nie haben so viele Leute über Umweltschutz geredet und der Müll nimmt täglich weiter zu. Die Temperatur steigt, so wie das CO2. Ein Gletscher nach dem anderen verschwindet. Und in Portugal ein Drittel der Trauben sollen im August an den Stöcken verbrannt sein. Stell dir vor, du müsstest auf ein Drittel deines Gehalts verzichten. Ein ganzes Jahr lang. Deshalb sollst du ja hinfahren, verdammt. Außerdem muss man nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen. Was macht dich denn so pessimistisch? Alle stecken die Köpfe in den Sand. Denn wenn sie es nicht täten, müssten sie ihren Lebensstil ändern. Köpfe im Sand entspringen keine Lösungen. Das müsstest besonders du als Bodenkundler doch wissen. Im Sand kommt nicht einmal die Reblaus vorwärts. Diejenigen, die was ändern oder es zumindest vorhaben, werden von den anderen als Spinner abgetan, abschätzig als Ökos bezeichnet, als Gutmenschen abqualifiziert und beschimpft. Johanna hatte sich in Rage geredet, was sie sehr selten tat. Sie musste sachlich bleiben. Problemisch durften nur die Studierenden werden. Doch sie würde der Reise zustimmen. Sie wusste es. Es war die leise Hoffnung, dass sich doch noch etwas bewirken ließ, dass es nicht längst zu spät war. Für sie sah es so aus, als wollten alle noch so viel mitnehmen wie möglich vor dem Untergang, bevor die Ökosysteme endgültig umkippten, bevor die Luft knapp wurde und Hamburg wegen steigender Wasserstände verlassen werden musste. Sie warf ihr Haar mit einer raschen Bewegung in den Nacken, als wollte sie die Gedanken abschütteln und den Kopf wieder freikriegen. Wer Untergangsszenarien an die Wand warf, machte sich unbeliebt. Du kriegst die Reise selbstverständlich bezahlt. Spesen, Hotel, Honorar und so. Stefan gab nicht auf. Er kannte Johanna und spielte den letzten Trumpf aus. Portugals Atlantikküste eignet sich hervorragend zum Windsurfen. Es soll auch ein Kite-Paradies sein. Tolle Wellen, grandioser Strände, ganz in der Nähe, keine 40 Kilometer vom Weingut entfernt. Die Surfszene magst du doch. Du willst mich bestechen, vermutete Johanna und sah wieder aus dem Fenster. Aber ihre Fantasie war bereits angesprungen. Es war tatsächlich verdammt reizvoll, nicht von den Ufern eingezwängt, von Fallböen überrascht und in der Strömung ständig von den Frachtkähnen auf der Flucht zu sein. Die Wellen reizten sie, das Brandungssurfen, das war hohe Kunst. Die meterhohen Sprünge dabei waren als Flögemann. Sie hätte sich wegträumen können. Wieder auf dem Boden bat sie sich Bedenkzeit aus. Bis Samstag. Surfboard und Segel brauchte sie nicht mitzunehmen. Beides konnte man in jedem Surfrevier ausleihen. Nur ihren Neoprenanzug würde sie einpacken. Nikolaus Hollmann Gegen 8 Uhr morgens waren alle Mitarbeiter der Kinder zur Besprechung im Büro versammelt. Lourdes, die inzwischen Geschäftsführerin geworden war und mit ihrem Mann das ehemalige Haus von Nikolaus' Onkel oberhalb der Kinder bewohnte, hatte den kürzesten Weg. Rita hatte im Hof neben der Gärhalle ihr eigenes Büro. Von dort aus organisierte sie ihre Weinreisen. Und Rebecca pendelte zwischen beiden Büros, wenn sie nicht in der Schule war, stets bewacht von Guardião. Der riesige Hund wich nie von ihrer Seite. Mit ernstem Gesicht und den Worten Du musst dringend mal mit raufkommen, unterbrach Rita die Arbeitsbesprechung. Besorgt folgte Nikolaus seiner Frau ums Haus und über den Hof. Was ist passiert? Er konnte sich nicht daran erinnern, dass Rita ihre Montagssitzung jemals unterbrochen hätte. Sie ging zum Telefon, wählte eine Nikolaus' unbekannte Nummer und reichte ihm den Hörer. Karin Vollmer hat angerufen. Ihr Mann ist krank. Schlimm? Es sieht so aus, als bräuchten sie dich. Nikolaus hatte die Vollmers vor einigen Jahren beim Kauf ihrer Kinta da Lua in der Region Lissabon beraten. Zu der Zeit war die Küstenregion westlich und nördlich der Hauptstadt bis hinauf nach Leiria noch Estremadura genannt worden. Eher Nikolaus weiter fragen konnte, meldete sich Karin Vollmer. Hallo Nik, Gott sei Dank, dass du da bist, sagte sie aufatmend. Was ist denn passiert? Ist was Schlimmes mit Herbert? Nikolaus seufzt. In den letzten Monaten war alles gut gelaufen. Die Regenfälle des Frühjahrs hatten sie einigermaßen überstanden. Die Trauben waren in passablen Zustand. Neue Probleme brauchte er wahrlich nicht. Herbert hatte einen Bandscheibenvorfall. Wir müssen ihn ins Krankenhaus nach Lissabon bringen, in eine Spezialklinik für Rückenleid. Um eine Operation kommt er nicht herum. Und danach muss er stramm liegen. Und wie lange die Reha dauert, das kann mir keiner sagen. Karin Vollmer schwieg, nur ihr schwerer Atem war zu hören. Und bei uns steht doch die Lese bevor. Das hört sich. Nikolaus suchte nach dem richtigen Wort. Schrecklich war das Richtige. Ihm schwarnte Schreckliches. Was kann ich tun? Wie können wir helfen? Er blickte Rita zweifelnd an. Sie hörte über den Telefonlautsprecher mit und verzog das Gesicht. Ich war es kaum zu sagen. Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß doch auch, bei euch hat die Lese begonnen, oder? Karin fuhr, ohne auf die Antwort zu warten, fort. Du kennst hier alles, Nik. Du hast die Kinder damals mit Herbert zusammen ausgesucht. Ihr habt sie zusammen aufgebaut. Ihm zum Kauf geraten. Weil hier die gleichen Rebsorten kultiviert werden, wie bei dir. Du kennst unsere Weinberge. Längst nicht so gut wie unsere hier, warf er ein. Und euer Kellermeister, ihr habt einen neuen? Ach, wenn man nicht hinter dem hier ist, macht er Pause. Ach, keiner weiß so gut Bescheid wie du. Außerdem kannst du mit seinen Landsleuten viel besser umgehen als wir. Du kennst unsere Arbeit, die Menschen, das Klima. Und ich habe noch nie eine Lese organisiert. Die vielen Hilfskräfte, der Transport. Nikolaus, wir bezahlen dich auch gut. Um das Geld geht es mir doch gar nicht. Was ist mit den Nachbarn, mit der Quinta da Tia Joana und mit der anderen, der Quinta da Fonte? Ach, die Oliveras sind doch alte Leute. Na, die haben doch zwei Söhne. Zumindest einer von denen, Paolo, ist ganz patent. Vielleicht könnte er einen Teil der Arbeit übernehmen. Und die anderen Nachbarn? Auf der Quinta da Joana? Das scheint mir vernünftige Leute zu sein. So habe ich sie zumindest in Erinnerung. Ach, die sind mit sich selbst beschäftigt. Die wollen gerade auf Öko-Weinbau umstellen. Für einen Moment hörte Nikolaus nicht zu. Denn ihm schauderte bei dem Gedanken, sich zwischen der Kinta da Lua und seiner eigenen, während der Lese zu zerreißen, hin und her rasen zu müssen. Es waren immerhin 350 bis 400 Kilometer. Gut, über die Autobahn waren das vier Stunden. Und hier würde alles auch ohne ihn weiterlaufen. Jeder kannte seinen Platz. Jeder wusste, was sie oder er zu tun hatte. Und wie das alles ineinander griff. Karin Vollmer ließ nicht locker. Nik, bitte, lass uns in die Klinik fahren, damit du mit Herbert wenigstens die anstehenden Aufgaben besprechen kannst. Glaub mir, wir wären dir unendlich dankbar. Karin Vollmer kam Nikolaus über die Freitreppe ihres Hauses entgegen. Die Art, wie die große Frau stolz die Stufen herunterschritt, vorbei an den lilafarbenen Bougamwilas, die das Haus auf der Südseite einreimten, war filmreif. So, als wäre sie eine Gräfe, die ihr ganzes Leben auf eben diesem Anwesen verbracht hatte. Nikolaus lächelte bei dem Auftritt. Als Karin den Fuß der Treppe erreichte und ihn umarmte, war das keine freundschaftliche Geste, sondern mehr ein verzweifeltes Sich-Fest-Klammern. Als wäre sie ihm zu nahe gekommen, trat sie erschrocken zurück und sah ihn erschöpft aus blauen Augen an. Du kannst dir nicht vorstellen, Nikolaus, wie erleichtert ich bin, dass du hier bist. Es ist für mich alles viel zu viel. Wie geht es deinem Mann? Der nächste Seufzer entfuhr Karin. Wie es Herbert geht, schlecht geht es ihm, miserabel. Um eine Operation kommt er nicht herum. Das heißt, er wird länger ausfallen. Er bleibt im Krankenhaus in Lissabon. Es ist eine Spezialklinik für Rückenverletzung. Er darf sich kaum bewegen. Karin hakte sich bei ihm unter und zog ihn die Treppe hinauf. Lass uns einen Kaffee trinken, dann reden wir. Wir machen einen Plan. Sieh dich um. Im Wesentlichen kennst du ja alles hier. Ich sage den Mitarbeitern, dass sie von jetzt an auf dich hören müssen. Euer Kellermeister wird sich eher nicht reinreden lassen. Soweit ich weiß, macht er hier die Ansagen. Ich kann nur so was sein wie Mittler zwischen dem Chef und ihm. Hier sah Nikolaus das größte Problem. Niemand war auf einen externen Berater erpicht. Besonders nicht der Kellermeister. Du kannst viel mehr sein. In erster Linie eine Stütze für uns. Wart's ab. Morgen in der Klinik wird Herbert dir erklären, wie die Mitarbeiter ticken. Besonders dieser Tavarisch. Die Betonung des letzten Namens ließ Nikolaus aufhorchen. Ist das der neue Kellermeister? Karin Vollmers bedächtiges Nicken bestätigte Nikolaus Verdacht. Als er dem Mann gegenüber stand, der ihn feindlich anstarrte, war Nikolaus klar, dass er eine schier unlösbare Aufgabe vor sich hatte. Wie diplomatisch auch immer er vorging. Seine Einmischung war unerwünscht und handfester Krach unvermeidlich. Im zweiten Teil meiner Lesung, den Sie sich im Anschluss oder auch gerne ein andermal anhören und ansehen können, schildere ich das Zusammentreffen dieser drei Protagonisten meiner Geschichte. Es sind Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und falls Sie auf den Geschmack gekommen sind, meine Damen und Herren, und weiterlesen möchten, so bestellen Sie das Buch doch gleich bei DTV. Oder schreiben Sie mir und ich schicke Ihnen das Buch mit Ihrer Wunschsignatur zu. Das kostet Sie dann zwar drei Euro mehr, aber Sie haben ja den Eintritt für die Lesung gespart und es ist allemal besser als bei Amazon. Und dann sehen Sie das Buch von Amazon. Untertitelung des ZDF, 2020